Die scheinbaren Ideale durchbrechen. Einfach ich sein, ohne Zwänge, ohne Nöte. Ist das in unserer Welt überhaupt möglich? Bewegen wir uns doch in einer Endlosschleife aus Verwerten und Verkaufen? Heidi Weint, eine Gefühlsversammlung lässt es zu, das einfach ich sein. Das ist nicht eine klassisch-narrative Geschichte. Ich würde eher sagen, auf Grundlage der Folie von James' Next Topmodel haben wir uns befragt, was ist die Welt, in der wir leben, was sind die neoliberalen Strukturen, die uns auch viel diktieren, wir haben unsere Körper zu sein, wer habe ich so zu erfüllen, zu sein, ich zu verkaufen, mich zu präsentieren und wie weit wir vielleicht daran auch abgleiten, an dieser Welt, die sich daraus ergibt. Heidi Weint, eine Gefühlsversammlung. Zu sehen und zum Nachdenken im Werkraum der Münchner Kammerspiele.